Es war ein bisschen unnerving in der Morgen. Wir wohnen und es gab keine Kraft in unserem Hotel, kein Internet. Wir konnten kein Frühstück haben und wir wussten nicht, was passiert ist. Aber nach 10 Uhr wussten wir, dass es viel Schnee gab. Und wir fühlten uns ziemlich sicher. Es war eigentlich nicht dramatisch. Die Infrastruktur entzimmerte sehr, sehr gut. Wir waren im Hotel versorgt. Wir konnten nicht mehr Skifahren, weil die Pisten geschlossen waren. Aber ansonsten war alles relativ, relativ ruhig hier.